Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich Ihnen den Weltempfänger XH Data D808 vorstellen. Ja, das hier ist der Weltempfänger, kostet bei Ebay vielleicht so 88 Euro so etwa. Und ja, das ist dann halt jetzt mal ein deutlich hochwertigerer Weltempfänger als der OK vom letzten Mal, den ich in einem meiner letzten Videos vorgestellt habe. Ja, fangen wir mal an hier, was mit den Funktionen des XH Data D808. Der Weltempfänger kann empfangen UKW, Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und das Flugfunkband. Für Kurzwelle unterstützt er auch SSB, USB und LSB. Die Frequenz wird über diesen Drehregler hier geregelt. Der ist gerastet oder alternativ kann sie auch hierüber über diesen Drehregler auch gerastet geregelt werden. Oder direkt über Eingabe über die Tasten, was sich wirklich sehr praktisch erweist. Besonders bei Kurzwelle. Bei Kurzwelle kann auch direkt von Meterband zu Meterband gesprungen werden. Auf der anderen Seite befindet sich ein Antennenanschluss. Ich weiß nicht, ob der nun auch für Mittelwelle und Langwelle ist, aber auf jeden Fall ein Antennenanschluss für Kurzwelle und UKW. Ein Lautstärkeregler und ein Kopfhöreranschluss. Hier oben befindet sich die Stabantenne, die doch recht lang ist. Im Vergleich mal die Stabantenne des OKW-Weltempfängers. Das ist dann doch ein riesiger Unterschied. Na natürlich. Dieser Weltempfänger ist allerdings, muss man ja auch fairerweise sagen, dass dieser Weltempfänger hier eben achtmal so teuer ist. Deswegen, ja, das Gefühl ist auch, wenn man den in der Hand hat, fühlt sich das natürlich auch viel hochwertiger an, als bei diesem 12-Euro-Gerät. Aber das ist, denke ich mal, logisch. Hier im Display, es handelt sich hier um ein LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Da ausmachen. Es handelt sich um ein LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung, wo hier im Standby-Zustand die Uhrzeit angezeigt wird und die Temperatur. Thermometer im Radio ist natürlich etwas sinnlos, aber vielleicht auch manchmal ganz praktisch. Hier stehen nochmal die Funktionen ausgelistet und hier ist der Ein-Ausschalter. Alternativ zur Stabantenne befindet sich mit im Lieferumfang so eine Langdrahtantenne, hier schon ein paar Meter, oder, ja, schon über einen Meter lang, auf jeden Fall. Ja, dann fangen wir jetzt mal an mit UKW-Betrieb. Hier kann noch so ein Ständer ausgeklappt werden. Und dann einschalten. Beleuchtung geht automatisch sofort an. Hier wird über RDS automatisch der Name des Senders empfangen, das heißt, der muss nicht voreingespeichert werden. Dann sieht man die Frequenz hier oben und hier die Temperatur. Kann man auch was anderes, wahlweise hier auch die Alarmzeit, die Uhrzeit oder die Signalstärke anzeigen. Also nicht im Stand-by-An-Zustand, sondern wenn das Radio eingeschaltet ist. Zusätzlich kann man hier die Mittelwellen und Langwellen, also die AM-Bandweite und FM-Stereo einstellen. Wenn ich hier drücke, dann habe ich hier jetzt Auto, sprich Stereo und Mono. Mono finde ich bei UKW besser, weil es ist ja eh nur ein Lautsprecher und Stereo hätte ich dann hier über den Kopfhörerausgang. Ja, dann machen wir hier mal. Ja, da kommt natürlich auch viel mehr Klang aus dem 1-Watt-Lautsprecher raus. Wenn ich, wie man hier sieht, schön laut, wenn man hier lange auf die Bandwahltaste hier FM drückt, hier Auto-Tuning-System, sucht da alle Programme, die ihr auf UKW findet zum Beispiel und speichert die hier auf den Speicherplätzen aus. Hier sieht man schon Programm 6, Programm 7, 8, ja, das läuft dann so durch, Programm 10 und das unterbricht man dann hier auch, indem man hier auf den Knopf drückt und dann werden die Programme abgespielt. Man kann hier dann durchschalten, Programm 2 zum Beispiel oder auch mal Programm 9. Und dann kann man hier noch mit Page, kann man hier die Seite, eine Seite hat immer 10 Speicherplätze oder 9, hier hat es ja noch die 0, dann gehe ich hier auf Page. Was sehr irritierend ist, die Anfangsseite ist Page 0, jetzt Page 1, da ist dann hier Programm 11. Und ja, da findet er dann ungefähr 22 Sender. Natürlich, was ich nicht so gut finde, ist, dass er einige, dass er, finde ich, sehr viele schwache Sender aussortiert, also die nicht so schwach sind, aber er sortiert schwache Sender aus. Wir hatten neulich, hatten wir hier irgendwie Überreichweite und da haben wir dänische Sender bekommen und die hat er alle aussortiert und ja, da muss man dann so halt so die Frequenz einstellen. Man sieht hier schon, die Einstellung über das Drehrad ist hier sehr fein. Das hier ist slow, wie man hier in der Anzeige sieht. Wenn nun einmal auf den Drehregler drückt, hat man Stop, kann man wie man sieht nichts mehr verstellen und wenn man nochmal drückt, dann Fast, da kann man so grob verstellen oder Bye. Und wenn man dann nochmal drückt, ist man wieder bei Slow angelangt. Hier, um einen Sender direkt anzuwählen, drückt man auf Frequenz, gibt den Eindruck und drückt nochmal auf Frequenz und schon hat man eine Frequenz eingestellt. Weiter geht es mit Langwelle und Mittelwelle. Mache ich mal weiter. Bin ich jetzt in der Mittelwelle und wenn ich nochmal drücke, komme ich in die Langwelle. Was sehr irritierend ist, wenn das Radio neu ist, kommt man nicht in die Langwelle. Die muss quasi erstmal eingeschaltet werden, was man aber hier in der auch deutschsprachigen Beschreibung, die dabei ist, aber findet. Ja, hier sind wir jetzt in der Mittelwelle. Automatischer Suchlauf geht natürlich auch. Man kann hier bei Slow kann man hier so langsam alle Frequenzen durchgehen und bei Fast sind so Sender vorgespeichert quasi, so wie auch bei diesem Empfänger schon. Und natürlich kann ich auch wieder Frequenz eingeben wie 540. Ist aber noch zu hell, wie man sieht, da empfängt man noch nichts. Richtig. Sonst, die 540 ist hier sonst immer bei Dunkelheit Weltempfang. Wenn man hier natürlich lange drückt, kann man hier auch Auto-Tuning-System machen. Unterbreche ich jetzt aber mal, weil der wird nichts groß finden. Und ja, genau dasselbe gilt dann auch für die Langwelle. Da ist auch nur bei Dunkelheit was zu empfangen und da würde er jetzt nichts finden. Weiter geht's eigentlich fast mit dem Hauptbereich eines Weltempfängers, fast warum sich die meisten sowas kaufen und das ist die Kurzwelle. Wie man sieht hier Kurzwelle kann man sehr fein einstellen. Kilohertz natürlich auch wieder per Frequenzeingabe. Hier kann man dann SSB oder LSB oder USB auch aktivieren und wenn man nochmal drückt, dann ist man hier wieder bei Normal und hier kann man dann auch hier direkt zum Beispiel 41 Meter kann man dann direkt von Meterband zu Meterband springen. Der Kurzwelle Empfang ist auch wirklich sehr sehr gut. Ja, jetzt sind wir mal alle Bänder durchgegangen außer eher Flugfunk aber da bekomme ich ehrlich gesagt hier nichts und weiß auch nicht ob da auf diesen Frequenzen noch gesendet wird und ob man da überhaupt nicht am Flughafen wohnt da was bekommt. Ja, jetzt haben wir alle Frequenzen durch hier oben im Display sehen wir auch die Akku Anzeige kommen wir mal zum Akku können übrigens immer nicht von oben so drauf gehen sonst brechen die gerne ab bei dem Akku handelt es sich um ein 18650er Lithium Ionen Akku hier steht xh delta drauf und mit 2000 milliampere stunden und ja halt diese großen Lithium rundzellen die man kennt ja zumindest ja das ist der Akku und und der hält auch schon bei mir ich habe ihn noch nicht nie aufgeladen im Lieferumfang ist auch natürlich so ein usb ladekabel enthalten leider kein netzteil aber ich denke ein usb netzteil hat jeder da notfalls nimmt man das vom smartphone ja dabei ist noch so eine hölle wo xh delta drauf steht eigentlich ganz schön auch wenn das gerät mal mitnehmen will damit es nicht zerkratzt ja es wird in dieser verpackung geliefert xh delta d808 und ja das war dann mein quasi mein Fazit vom xh delta d808 weltempfänger ich bin eigentlich sehr zufrieden für den es war es ist natürlich ein teurerer weltempfänger zum beispiel als sowas das ist klar also und wer nun die besten klangqualität will sollte sich das ganze nicht kaufen weil das ist eher super empfang aber natürlich nicht die allerbeste klangqualität es war gut aber dann ist das ist klar dann kauft man sich eher eine stereo an lage und ja aber allem die weit entfernte sender empfangen wollen so würde ich das gerät auf jeden fall weiterempfehlen ja das war's dann wieder mal bei mir bis zum nächsten mal tschüss